Willkommen bei AXBO, dem Energieunternehmen mit Schweizer Wurzeln und internationaler Präsenz. Seit über 100 Jahren verbinden wir Expertise mit Innovationskraft. So bauen wir mit dem Pumpspeicherwerk Limmern eine riesige Batterie für eine nachhaltige Energiezukunft. Von der Stromproduktion über die Verteilung bis hin zum Vertrieb sind wir entlang der ganzen Wertschöpfungskette tätig. Wir handeln an allen wichtigen Energiebörsen mit Commodities und betreuen eines der größten Kundenportfolios an erneuerbaren Energien in Europa. Die Nähe zu unseren Kunden und zu den Märkten ist uns wichtig. Mehr als 4000 Mitarbeitende sind in über 30 Ländern aktiv. Wir bewirtschaften ein Portfolio von ca. 100 Terawattstunden Energie. Dabei ist das Risikomanagement eine unserer Kernkompetenzen. Unsere Mitarbeitenden bilden ein internationales Netzwerk und tauschen ihr Wissen ständig aus. Unsere Dienstleistungen sind maßgeschneidert. Finanzielle Sicherheit ist Ihnen als Produzent von erneuerbaren Energien wichtig? Unsere Lösung. Maßgeschneiderte Abnahmeverträge. Als international tätiges Großunternehmen benötigen Sie Energielösungen aus einer Hand? Bei AXPO profitieren Sie von einer zentralen Koordination und lokaler Betreuung. Als Energieversorger möchten Sie Ihre Kunden zuverlässig mit Strom oder Gas beliefern. AXPO unterstützt Sie dabei. Sie betreiben ein kleines oder mittleres Unternehmen? Mit dem AXPO Kundenportal haben Sie jederzeit den Überblick über Ihren Energieverbrauch. Wie auch immer Ihre Bedürfnisse sind, wir sind in Ihrer Nähe. Voller Engagement und voller Energie. Vielleicht auch bald für Sie.